Die fast absurd anmutende Auseinandersetzung um den niemals abgeschickten Brief legte ein Kernproblem bloß. Die Reichsregierung glaubte, keine Machtmittel zu besitzen, um die Machthaber in München zur Raison zu bringen. Von einer Anrufung des Staatsgerichtshofes, wie sie Justizminister Ratbruch vorschlug, versprachen sich weder Ebert noch Stresemann etwas. Einen Einsatz der Reichswehr hatte wiederum Gessler bereits am 30. September kategorisch abgelehnt. Eine Reichsexekution in Bayern mit Truppenmacht sei ausgeschlossen. Dass auf die Loyalität der Reichswehrführung in Bayern kein Verlass war, zeigte sich in diesen Tagen an einem weiteren spektakulären Vorfall. Am 27. September hatte der Völkische Beobachter, das Zentralorgan der NSDAP, einen Artikel mit der Überschrift »Die Diktatoren Stresemann sägt« veröffentlicht. Darin wurden der Reichskanzler und der Chef der Heeresleitung scharf angegriffen, wobei auch der Hinweis, dass sie mit Frauen jüdischer Abstammung verheiratet waren, nicht fehlte. Daraufhin ordnete Reichswehrminister Gessler das Verbot des Blattes an. Doch General Otto von Lossow, der Kommandeur der Reichswehrtruppen in Bayern, weigerte sich, das Verbot gegen den Willen Kahrs zu verstrecken. Das war ein klarer Fall von Befehlsverweigerung. Doch auch jetzt reagierten Reichspräsident und Reichsregierung mit bemerkenswerter Zurückhaltung. »In Berlin befolgt man immer noch die Taktik, die bayerische Frage mit besonders weicher Hand zu behandeln«, kritisierte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. »Aber es scheint, als ob Herr von Kahr solche zarte Behandlung nicht würdigt. Und da muss jedes Paktieren aufhören. Entweder besteht noch ein einheitliches Reich oder nicht. Es sollte noch Wochen dauern, ehe Ebert am 20. Oktober in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Reichswehr die Amtsenthebung Lossos verfügte. Eine Maßnahme, die Kahr umgehend damit beantwortete, dass er seinerseits Lossow mit der Weiterführung des Kommandos über die Reichswehrkontingente in Bayern betraute.